Piu-Piu! Hello there! Ey! Was geht denn? Hä? Ey, was machst du da? Ich- Bin ich nicht! Ich bin krepiert einfach, ey! Please remove C4 Explosive! Du hast den Server mit Regeln rausgesucht, mate. Ein Stück in Counter-Cover. Aber, Junge, Junge, wo bist du hingef... Bist du behindert? Jetzt sind wir auf einer Insel, wo wir nicht mehr runterkommen! Ja, okay, komm, ich hol die, äh, ich geh mir jetzt zum, äh... Wo ist mein Jet-Ski? Den hast du irgendwo am Strand geparkt? Dahinten? Und den kriegst du nicht mehr runter? Ich schaff alles! Die kriegst du selbst mit Explosive! Kriegst du dann nicht weg! Er ist statisch, mate! Toll, hast du super gemacht! Er kann uns jemand abholen? Ey, kommt jemand mit auf einen Quad? Kommt der mit auf einen Quad? Ich- ich komm auf den Quad. Zu spät! Martin, bist du drauf? Jaaa... Da ist dann was los! Ich fahr mal ein bisschen quer von einem, ne? Folgen Sie dem Quad! Ja, Sir! Huh! Oh, das läuft! Jaaa... Aussteigen! Oh, hier ist deine Station! Das tun die immer, die dummen Wichser! Da war einer im Waggon! Ist er weg? Hatte, hatte, hatte! Jaaa... Da sind noch, da sind noch zwei drin! Da sind noch zwei drin! Loll... Lell... Loll... 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 Soos! Roffel, kommt da! Oh damn! Loll! Alla! 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 So Leute! Direkt, direkt die Jagd-Heli holen, alter! Nice! Loll... Er ist da drin! Nööööö!! Ich bin Bodengruppe! Hier ist n Panzer! 12 Sekunden Spät! Oh damn! Da ist n Panzer! Oh, Juri! Ist er weg? Ja! Nice, das hast du gut gemacht! Aber hier sind, hier sind noch Gedanken, kannst du noch mal drüber fliegen? Holden Gegner! HOLDEN GEGNER! Und dieublikan GSA! Macht alles gegen den Panzer bitte! Machen PreferATE! Was? 解決, klappts! Tülte Towers! Tülte Towers, Tülte Towers! Roland müsste dann die letzte Versuch mal irgendwie gucken, dass er die aus uns Skull kriegen kann. Also wenn ich nicht gut fahren kann! Oh nein, nein! Ja scheiße! Das war voll geil! Das war voll die geile Fahrt, ja? So, warte, 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 warte! Bleibt mal stehen! Wir packen jetzt erstmal C4 an das scheiß K. Nein! Wer hat den Scheiß denn gemacht? Boah! Alter war das knapp! Ich brauch Heilung! Dringend! So! Kann das schnell nicht weiter spawnen! So! Kannst du das in mich reinwerfen? Haben wir! Ja, ich hab ja den Scheiß Spawnpunkt da probieren! Ja, ich auch! Lass einfach die Bahn übernehmen! Hallo da! Oh! Der Typ ist direkt vor mir gekommen, Alter! Okay Leute, haben wir verteidigt! Lass zurück in den Heli! Nein! Raus aus dem Heli! Oh Scheiße! Lass uns doch den Jeep in den Heli! Ich steh'n am Hand! Am Schockiert! Roll! Komm, 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 komm! Komm zu! Wir sind voll ineinander gefahren! Alles klar! Ja, Schau auf die Mauer! Die Mauer muss weg! Alter! Was bist du denn, Alter? Die Mauer haben gleich mein Ohr an! Guck mal, Roland hat am Ende noch Kille gemacht! Ne, das ist Jorik! Jorik hat am Ende noch Killes gemacht! Die Namen sind verwirrend! Jaja! Aber Roland weiß ich, dass er am 16. Geburtstag hat wie meine Mutter auch! Ja, ist doch eigentlich recht geil! Ich wollte doch einfach nur meine Meinung zum ersten Match abgeben, Mensch. Achso, ich dachte du meinst, Martens Mutter und Ronan haben am selben Tag Geburtstag, bist ja eigentlich ganz geil. Und, ich auch, am gleichen Tag Mutter die Robin. Ist ja eigentlich ganz geil, ne? Alle in den Aufzug, alle in diesen einen Aufzug kommen. Oh nein, das war der Ecker, dieses Video. Mit deinem Held. Leute, was seid ihr? War der Aufzug, dem ersten. Ach nein, ihr seid jetzt hoch ins Gebäude. Nein, Team der Misch ist aus. Achtung, Achtung, Tür geht auf und dann ist Krieg. Tür geht auf. Äh, Alter. Ich liege. Geht nicht. Alter. Ja, ich hab doch gesagt, Tür geht auf und dann ist Krieg, Leute. Marvin meldet alle nieder. Marvin meldet. Dann stand einer die ganze Zeit neben mir und hat einfach nichts gemacht, Alter. Ja, das war... Wer war das? Roland? Genauso mit McDonalds. Ja. Ja, ja. Was wir nicht geglaubt hast. Ja. Juni. Ich hab 300 KPS, gib mal was ab. Alter, ich hab's schon... Ich hasse schon aus, wenn ich nur mit 20 runterlade. Okay, mate, kannst du... Kannst du das gebrauchen? Ja, oder? Da. Bleib die Sniper bitte mal hier oben bleiben. Nein, du musst in Leerttasse drücken. Ja, lass mal meinen Schatz ruhig. Leerttasse war's nicht. Nein. Fuck. Hast du End-Target-Röhnt? Sad, ich wollte ein Maid reviven und hab stattdessen die ganze Zeit Granaten geworfen, weil ich die Tasse nicht gefunden hab. Und dann ist er kapiert. Was liegt da? Das Gebäude. Das hab ich schon mal geschafft, bevor irgendwas eingenommen war von den Punkten überhaupt. Ja, Marvin. Willkommen in Battlefield. Ja. Junge, das ist so geil. Taktischer Shooter. Taktischer Shooter. Taktisch ist was anderes. Es ist einfach nur reinballern und hoffen, man stirbt nicht. Ich hab zwar nur Munition, aber heb die auf. Nein, Jorik, du bist hier, du bist bei uns. Komm mal bitte zu uns. Nein, ich hab Sepp-Zieler. Ah, okay. Der Sniper ist direkt hier um die Ecke, ne? Also der steht da hinten und aimt direkt hier rein. Was BF5 geil ist, BF5 kann euch jeder wiederbeleben aus dem Squad. Der kriegt dann aber nur zur Hälfte, der kriegt dann aber nur zur Hälfte Leben. Marvin, hast du noch eine Gnade? Achtung, Achtung, da kam der Nate vom Gegner rein, oder? Ne, der war hinten. Wer von den Nate? Geh, gegen diese Wand. Wie werf ich die denn nochmal? Geh, geh. Gegen die Wand hinter dir. Werf da mal. Werf da mal den Nate rein. Ja! Nice! Toll. Warte, ich kann nicht ratzen. Ja, mach mal bitte. Sehr schön. Aufpassen. Hier ist direkt der Actionleuchte. Fuck. Und der holt mich von der Seite. Florian, nimmst du auf? Ja. Ja. Okay. C ist eingeschützt, aber... Hier, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab C grad geklirrt. Ich hab grad hier vier Leute geholt. C hat dich eingeschützt. Ja, ja. Ich versteh nie... Jo, wie viele sind denn oben? Fuck. Stell dich mal nochmal da rein! Stell dich nochmal da rein und guck mich an, bitte! Ja, da ist mach mir! Okay. Okay, calm.